Jetzt. Have fun. Wie man so schön sagt. Nachdem man gerade so schön gegessen hat. Überhaupt nicht. Ich habe Hunger. Siehste? Ich habe mir zum Beispiel gerade eine Pizza reingezogen. Ja. Hast du die schön auf Facebook geteilt. Ja. Irgendwo muss ich doch die Pizzastücke erteilen. Ja. Der war schlecht. Ich kommentiere das einfach nicht weiter. Ja. Hier, Secret of Mana, ne? Mana-Schwert. Ab geht's. Secret of Mana. Ihr kennt die Story. Wer kennt die Story nicht? Wer sie nicht kennt, ist einfach ein Vollidiot. Nein, nein, nein. Du darfst natürlich jetzt hier nicht flamen, ne? Secret of Mana. Mana-Quelle versiegt. Der Mana-Held muss retten. Wer ist der Mana-Held? Natürlich wir. Richtig. So, mal go hier. Wie dem auch sei. Wir fangen an. Und. Du sagst mir jetzt den Namen. Ach du Scheiße. Ähm. Ach. Ne, das passt nicht. Der hat nur sechs Buchstaben. Das kannst du vergessen. Das kannst du vergessen. Mach mal weg. Ja. Nennen wir ihn doch, ähm. Was ist denn so ein Name? Mana-Held-Name? Äh. Ich meine Theorie, äh. Laut den ursprünglichen Varianten wird der Junge eigentlich immer als Boy genannt. Hört sich jetzt blöd an. Aber. Da können wir ihn auch gleich Gay nennen. Das ist eine gute Idee. Voll gut, ey. Nein, nein. Nenn ihn Hugo. 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 Dann nennen wir ihn Hugo. Warum auch nicht? Wollen wir nicht ein Öl reinbauen? Hugo. Hugo. Oder wie heißt es mit Hugo? Hugo. Oh. Sind wir heute für das Französisch? Hugo. Hugo? Hugo. Hugo. Ah, ja. Hugo. Hm. Oui, oui, senior. Ja, oui, oui, äh, senior. Nein, Hugo ist, Hugo ist auch okay. Genau. Monseigneur. Ich habe irgendwie so ein Piepen im Ohr. Ah, Hugo. Huge. Ja, huge ist auch schön. Das Piepen ist das Ding. So. Da sind wir. Du darfst lesen, du hast die bessere Vorleserstimme. Boah, lange Zeit vor Mana. Von den Menschen, keine Ahnung, viel zu schnell. Dann jedoch bauten einige von ihnen die Mana-Festung, um Mana zu kontrollieren. Das ist schön, wenn du auch so einen Leserling hast. Das erzürnte die Götter und sie schickten einen Drachen, um die Festung zu zerstören. Hoorah. Ein grausamer Krieg folgte, Mana drohte für immer zu verschwinden. Oh Gott. Kommentierst du das richtig schön, weißt du das? Ich weiß. Das war ein Witz. In letzter Minute erschien ein Held, der mit dem Mana-Schwert den Krieg beenden sollte. Das Ausmaß der Zerstörung war gewaltig, aber endlich herrschte wieder Frieden. Oh. Das alles ist aber schon lange her. Sehr gerne. Vielleicht viel zu lang. Vielleicht. Schöne 2D-Welt, ne? Äh. Krass. Alter. Ne, ganz ehrlich, damals, für damalige SNES-Standards war Secret of Mana eigentlich immer sehr gut. Ja, es war auch ein schönes Spiel. Seiken Den Zetsu 2. Oh, jetzt hier. Das bist du. Das bist du. Hey, Jungs! Äh, wartet auf mich! Hey! Stell still, der Dorfälteste, wenn du uns hier entdeckst, wird der böse. Nein, sollten wir besser woanders spielen. Es soll hier spuken. Buhu-ka-buka-buka. Du glaubst doch wohl alles. Die Erwachsenen wollen uns doch nur Angst machen. Meine Oma hat etwas von einem glänzenden Gegend am Wasserpfeil erzählt. Wieso habe ich das Gefühl, dass wir diesen Wasser... Diesen... Ja. Vielleicht ist das ein Schatz. Komm, den müssen wir finden. Der Dicke ist immer hier der, der hervorgeht, ne? Hä, 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 ich fahle! Ah, ah. Was machen die? Fahrerflucht. Natürlich laufe... Ja, Fahrerflucht, genau. Bei dem Gewicht von dem einen ist das deutlich Fahrerflucht. Ja, ja. Aua, mein Korb. Und nun, wie soll ich jetzt wieder nach oben kommen? Gute Frage. Wir sind hier in Secret Radiator of Mana, wie man auch nicht erkennen kann. Ich weiß jetzt nicht mehr, welche Knöpfe ich entsprechend zugewiesen habe. A ist Rennen, B ist Schlagen, C und, äh, ne, X und Y ist, äh, hier, äh, Magie von den anderen benutzen. Aber das passt nicht. Ich spiele ja die beiden Mana-Schlampen gleich. Das stimmt. So, den schauen wir mal. Oh, da ist ein... Schön, wie du gegen die Mauer läufst. Ja. Oder gegen die Büsche. Gegen die Disteln. Das Dorf ist im Osten, ich brauche etwas, um Büsche zu zerschlagen. Ja, er wuchs einem Busch zerschlagen. Oben, Oben, nein, rechts. Der Eingang ist auf der anderen Seite. Echt? Uh, Hugo. Ja, du? Ne? Sag, leite mich. Naja. Kennst du das Spiel doch, oder? Ja, an sich schon, aber ich weiß jetzt nicht mehr, wo. Rechts hoch, links hoch, 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 hoch. Da ist ein Busch. Nein, ja, hoch. Da. Ich dachte, der Text, der versperrt, äh, der ist, weil er ein Busch ist. Naja, was soll's. Ziehen! Hugo, zieh mich heraus. Das hört sich so falsch an. Mir doch egal. Wer spricht denn da? Was macht dieses Schwert hier? Naja, egal. Ich scheiße dir jetzt nicht ein. Ah, dieses Licht so hell. Ich sehe nichts. Ich aber. Ein Gespenst. Hugo, ich bin's doch nur, das Schwert. Ein Sprechendes Schwert? Ja, ne, ist klar, Alter. Äh, was? Wie hieß denn nochmal dieser eine? Der Viktor, ne? Der sieht genauso aus wie das Schwert. Genau, ja, ja. Ja. Wenn wir hier spoilern, Leute, dann habt ihr ein Problem. Weil wir spoilern. Weil wir das Spiel, äh, weil wir das Spiel kennen. Ich hab's noch nie durchgeschafft, fällt mir immer so ein, ne? Ich bin in der Mana-Festung, hab ich dann aufgehört, weil ich keinen Bock mehr hatte. Mir geht's immer nicht anders. So, wir können jetzt... Richtig. Fett. Und haben auf Y müsste das sein. Sekunde. X, Y. Wo ist mein DS? Ich weiß doch ganz genau, dass ich das Ding nach dem DS gebeindet hab. Da ist mein DS. So, auf Y kriegen wir, äh, können wir das, äh, können wir das Charakter-Menü aufmachen. Weil der DS hat ja die entsprechende gleiche Anordnung wie der, äh, alte SNES-Controller. Äh, auf Y, auf A können wir laufen. B ist der entsprechende Hieb. X ist noch nicht ge-, äh, ist noch nicht ge- belegt. Weil du niemand anderen hast. Richtig. Geht es auch nicht, weil ich das bin. Hey, was macht ein, denn ein Pokepuschel in dieser Gegend? Den mach ich fertig. Der Pokepuschel. Voll Agro, der Typ, ne? Direkt mal draufschlagen, ne? Erst mal gucken und dann direkt draufhauen. Das Horror-Monster. Für die Leute, die es nicht wissen, in der Sekunden-Setsu-Reihe, da Secret of Mana, äh, in Japan als Sekunden-Setsu 2 erschienen ist, nur so nebenbei, äh, damit ihr das Bescheid wisst, Sekunden-Setsu 1 ist bei uns als Final Fantasy Mystic-Quest erschienen. Ich wollt grad sagen, Secret of Mana kommt auch von Mystic, äh, kommt von Final Fantasy und so, ne? Du musst auch warten bis 100. Du musst immer warten, bis es dieses Düdüt macht. Richtig. Da dieses Klick, sonst, äh, hast du nicht diese volle Schlagkraft. Wie ihr uns erkennen könnt, seht ihr, dass wir eine... Oh Gott, ich... Das ist peinlich. Das war echt peinlich grad, oder? Du, äh, ich enthalte mich da jeglicher Wertung. Weil du dich selber sicherlich nicht besser anstellen würdest. Meistens spiel ich selber... Du kennst doch meine, meine Videos, du weißt, wie gut ich immer spiele. Not. Ja. Wie dem auch sei. Äh, Sekunden-Setsu 2, auch erschienen als Secret of Mana, war wohl der bekannteste Teil, äh, der Sekunden-Setsu-Reihe. Äh, gefolgt kamen dann auch noch solche Teile wie Legend of Mana, Sword of Mana, äh, Children of Mana. Ja. Und das ominös, äh, beziehungsweise das ominös betitelte Secret of Mana 2. Ich fand aber, äh, ganz ehrlich, Mystic Quest besser. Mystic Quest war auch gut, also wenn es... Also für ein Gameboy das. Ich weiß nicht, auf dem SNES war es ja anders. Aber das auf dem Gameboy, das war so das erste Spiel... Ja, das stimmt. ...in der Richtung, was ich jemals in den Händen hatte, von einem Freund damals geliehen, so mit... Boah, wie alt war ich da? Sechs, sieben oder so? Ich weiß, das hab ich nie irgendwie geschafft, das Spiel. Mystic Quest? Doch, doch geil, voll geil. Am Ende im Himmelsgewölbe und so, das war schon... Ja, du warst ein bisschen... Äh, guck mal, du bist, äh, du bist ja ein bisschen älter. Also ich war da vielleicht... Ich wollt grad sagen Level 2. Äh, nein! Ich war da, äh, ich war da vielleicht vier oder fünf, wo ich das erste Mal in der Hand hatte. Hm. Äh, wie dem auch sei, Mystic Quest wurde auf dem GBA wieder neu, äh, verlegt... ...als Sword of Mana. Also wenn ihr den ursprünglichen Teil spielen wollt, dann spielt Sword of Mana. Nee, spielt das alte Spiel. Richtig, weil das... Ich bin doch... Ich bin, ich bin Retro-Let's-Gamer. Ja, logisch. Bei mir kommen nur die Original-Spieler eigentlich auf den, äh, Tisch. Also ich werd dir das auch sagen, hol dir das Original. Das gibt's für zwei Euro auf Ebay. Richtig. Und wer hat nicht mehr diesen großen grauen Ziegelstein-Gameboy im Keller? Also ich schon. Ich hab ihn auch noch. Ich hab ihn auch noch. Zumindest wir, äh, wir sind ja ein bisschen älter, also von daher. Äh, wie ihr uns mehr kennen könnt... Und gibt es ja diese 100%-Anzeige. Ach du, Pogo-Pusche. Mann, Alter, was machst du denn da? Wie ihr uns erkennen könnt, gibt es diese 100%-Anzeige. Lad doch mal auf. Und ich komm doch, ich komm doch zurück. Wenn wir jetzt hier normal schlagen, seht ihr, dass wir weniger Schaden machen, wenn wir nicht bei dieser 100% sind. Ebenso können wir, und das ist kein Witz, sobald wir 100% erreicht haben, Schlag aufladen, 100%. Je nach Waffenlevel unsere Angriffe aufladen. Die dann halt wirklich mehr Schaden machen. Markant mehr Schaden. Allerdings wird sich das im späteren Spieleverlauf relativ unweigert, äh, wird sich das im späteren Spieleverlauf eigentlich recht gar nicht ausüben. Doch, klar. Ja, aber ganz ehrlich, wir werden vielleicht auf Level 3 hoch, äh, laden oder auf Level 4, aber danach... Würde mal sein. Momentan ist es hier einfach nur so, äh, du willst als User, beziehungsweise als Spieler, als User sag ich jetzt schon, willst du dich ein bisschen, äh, leveln, weil... Wir werden auch gleich ohne große Umwege in das große Spielegeschehen geschickt. Viel Spaß. Du grabst dir halt auch erstmal an die Titten, ne? Ja, absolut. Was ist das für ein Spiel? Ja, sehr vorsichtig damit. Wie gesagt, die, ähm... Das ominöse Secret of Mana 2. Was von den Deutschen nur so genannt wird, da sonst niemand es als irgendwie, äh, Secret of Mana 2 genannt wird. Will nur sein, wir können Sachen kaufen, die man unschwerken kann. Zum Beispiel eine Schutzweste oder ein Stirnband, was wir allerdings schon ausgerüstet haben. Was, äh, haben wir das schon ausgerüstet? Normal sind dann Köpfe dran. Guck doch erstmal, was du im Inventar hast. Das ist ein gutes Argument. Außerdem sollten wir langsam Richtung Dorfältester gehen, auch wenn er uns sofort rausschmeißt. So, sieh, wir haben nämlich nichts... Doch, stopp, mal hoch. Kleidung jetzt. Nein. Zurück, Kleidung. Wir haben eine Schutzweste. Uns fehlt die Bandana. Nein. Jetzt nochmal. Jetzt hochdrücken. Sieh, wir haben nur eine Schutzweste, wir haben noch kein Kopf, Stirnband. Dann holen wir uns das mal fix. Und, ich werde jetzt auch mal was dazu sagen, es gibt nämlich drei Slots. Es gibt, äh, Armschienen, ne? Beziehungsweise Accessoire generell. Accessoire, Kopf und Brustrüstung. What? Du hast keine 50 GM. Dann gehen wir nochmal ganz fix raus und holen uns das. Du hast noch keine 50 Game Master, mein Freund. Richtig, hab ich noch nicht. Äh, das werde ich mal ganz schnell offscreen machen. Bis gleich. Und zurück im Geschehen holen wir uns jetzt endlich das verdammte Headband. Zack, bumm, da sind wir wieder, ne? Und so. Ja, jo. Wir waren ja eigentlich immer noch in der gleichen Folge drin, aber hatten halt nicht aufgenommen gehabt. Ja, das heißt ja nix. Trotzdem darf man ja Hallo sagen, ne? Ja, eben. Ich bin ja höflich. Ich weiß ja nicht, wie das mit dir so ist. Rapsch da halt nochmal an die Titten, ne? Oder wie war das? Nein, ich nehm den Arsch. Er sah ziemlich wütend aus. Naja, wenn er doch... Ich weiß nicht, dass du seine Tochter mal da hingegriffen hast. So, Leute. Und wonach sieht dieser Herr hier aus? Nach dem Mana-Schwert. Richtig. Fremder. Punkt, Punkt, Punkt. Es ist sehr schwer, drei Punkte zu sagen. Punkt, Punkt, Punkt. Ach, da ist ja der Fettwanz wieder. Hugo, Gott sei Dank. Naja, macht's doch. Ich dachte, wir sehen dich nie wieder. Es wäre denn besser gewesen mit diesen Trotten gar nicht mitgenommen. Der hat aber schnell, es war schnell, ein Stimmbruch bekommen. Ja, ist ja auch lange her. Idioten, äh, Gott, alter, drückst du so schnell weg? Na, nu, Hugo, was hast du denn da in deiner Hand? Oh nein, das ist... Das ist... Baba. Du hast jetzt mal den Schatz gefunden. Auf, lass uns kämpfen. Was hast du da getan? Du hast das Mana-Schwert aus dem Stein gezogen. Das ist unglaublich blöd. Das Mana-Schwert, dann ist unser Dorf erledigt. Komischerweise, dass alle davon wissen, nur er nicht. So erzählt es die Legende. Wir sind alle verloren! We are doomed! Ja, so wie der aussieht, wäre ich auch doomed. Ja, absolut. Äh, im Stein steckend war das Mana-Schwert, unser Schutz voll im Dunklen möchte. Das hat sind plötzlich all diese Monster hier erschienen. Hättest du sagen müssen. Zwei sind ja auch denn nach Hause gekommen. War ja klar. Ja. Bäm. Bäm. Hey, hör auf damit. Du bist an allem schuld. Du, du, du. Böser Junge, du. Uminöses 3x3 Blumenbeet. Ein Erdbeben. Naja, auf geht's zu der wohl besten Bossmusik innerhalb... Hilf einem Monster, tu was, du hast ein Schwert, los. Die beste Bossmusik überhaupt. Beobachte das Monster und greife es dann erst an. Äh, nein. Mal gucken, ob wir es schaffen, ohne wiederbelebt werden zu müssen. Ich glaube nicht. Du hast schon dreimal pariert. Ist schon nicht schlecht. Ja, das finde ich auch erstaunlich. Oh, oh. Nicht gut. Das ist ein sogenannter Zauber. Genau wie das. Das ist doch ein Zauber. Obwohl, das ist eine Monsterfähigkeit. Nein, Säure-Regen kriegst du auch. Echt? Wasser. Ja, bei Lugia. Guck, kann man wiederbelebt. Bam. Cool. In your face, man. Diesen Kampf kann man nicht verlieren, obwohl der Sichelanbeter ein anerkannter Boss ist. Was macht Tom da unten? Der vergeht sich einem Skelett. Solange er noch warm ist. Ja. Boah. Okay, lassen wir das. Wir haben einen Schwert-Op bekommen. Du hast ihn besiegt. Warte, ich zieh dich nach oben. Bestimmt ist das so Gum-Gum-Arm. Oder, oder. Gogo-Gadgetto-Arm. Ja. So. Hm, es scheint, dies ist das echte Mana-Schwert. Aha. Und weiter? Es heißt, in Zeiten der Not käme ein Ritter, um das Schwert herauszuziehen. Du bist jedoch viel zu jung. Irgendwas muss mit dem Schwert geschehen sein. Gehen Sie nicht über los, ziehen Sie keine 200 Gold ein. Hier, nehmen Sie es. Das geht nicht. Das Schwert ist kraftlos und muss aufgeladen werden. Wir dürfen nicht mit einem ollen Stück Metall rumlaufen, während er nur das Aufgeladene will. Nur du kannst dies tun. Du hast es herausgezogen. Wieso habe ich jetzt so eine verdammte He-Man-Anspielung im Kopf? Mach einfach weiter. Besuche Aquaria im Wasserpalast. Sie beschützt dieses Land seit knapp 200 Jahren. Sie kann dir weiterhelfen. Ah, ziemlich alt. Ah, relativ. Kommt er mit seinem Partyhütchen. Ja. Du hast es Zombies. Ja, ja. Der Dorfälteste will mit dir sprechen. Wieder mal ein sehr schneller Stimmenbruch. Übriglich, das bist du. Gut. Ich muss dann auch weiter. Übrigens, ich heiße Viktor. Tschö. Ach, wie wird der Herrschied? Vor dem Wasserpalast. Arrivederci. Tschö. Schön mit Ö. Schau mit V. Aber was hier dann wohl oben bei dem Dorfältesten passiert, das finden wir heraus in der nächsten Folge von Secret of Mana. Tschuhu. Tschö. Tschö.